Ist heute nicht Abendschule? Wir sorgen dafür, dass es weh tut, Fledermaus! Muss ich dir erst wehtun? Du wirst hier sterben! Was willst du jetzt tun, Batman? Das wird wehtun, versprochen, Batman! Zogst du Streit? Das ist der Ort, an dem du sterben wirst! Wir machen dich fertig! Das dauert nicht lang! Wir machen das! Was heißt das? Ich bleain, was das? Ich glaube! Sucht ihr Streit, könnt ihr haben. Das wird wehtun, Banshee! So. Heute Nacht wirst du sterben, Batman! Das wird dir verdammt wehtun, du Freak! Wenn ich fertig bin, erkennt dich nicht mal Mutti wieder! Dich wird man in Arkham City beerdigen! Okay. Vielen Dank.